Wir sind in der Kette unterwegs. Wieder mal mit der IS-3 und diesmal auf Paris und diesmal ganz oben. So, es ist die Frage, wo fahren wir hin? Weißt du, wie schnell ich drüben bin auf der Ecke zum up-aimen? Wir sind in der Ecke. Und die Ecke? Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. Okay, aber schon, dass wir uns beißen. Das ist schon mal old aus. Ne, probiert ihn abzunehmen und drüben nicht selber von Gehens. Geh, schau mal, schau mal, schau mal, schau mal, schau mal. Okay. Und weg mit der ES-3. Wenn wir den VZ und den Tiger angehen. Ich kenne zwar... Ich nehme keine Fangen, weil... Ich nehme keine Fangen, weil... ... ... Ja, wenn der Aua macht, ist Aua. Das war klar. Toll, dass ich da nicht durchschlagen hab, oder? Ach, der ist in den Sand gegangen. Weg, in den Asphalt gedonkt. Was notiert eigentlich, ein Schrot von hinten, Kanone? Ich hab das Ding selber. Okay. Ich sehe ein 30, 50, 50 Schicht A, B, C. Ich sehe, die Schrotten sind. Ich sehe, dass ich mag auch. Ich sehe, wir gehen, werriere Schrotten. Jürgen, Knocher! Ich habe ein Pokesknoten gefunden. Ich habe ein Pokesknoten gefunden. Ja, das ist echt jetzt. Ich habe ein Pokesknoten gefunden. Kombiniert 4. 4.100, oder? Und 3 in die Wüste geschickt. Thunderbolt hat lauter APCR geschossen. APCR, APCR, APCR. Jaaaa! So, schauen wir mal. Das war ein Match, Alter Schwede. Was haben wir denn gekriegt? Unterstützer, Stahlwand und Großkaliber. Das war eine geile Runde, Leute. Ja, 3 Achte haben wir gemacht. Wäre es dann etwas weiter fallen mit der anderen. Das war eine gute Runde. Eine sehr gute Runde. Ja, Leute. Dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag. Eine schöne Woche. Und ja, wir schauen mal. Was beim nächsten Mal so geht. Mit unserem kleinen Russen hier. Oh.